Der Traunsee ist mit 191 Meter Tiefe der tiefste See Österreichs. Er liegt in Oberösterreich und ist nach dem Attersee der zweitgrößte See Oberösterreichs. Die Gemeinden des Traunsee-Gebiets sind als Ferienregion Traunsee Teil des Salzkammerguts. Geografie Die Landschaft des Traunsee-Gebiets ist äußerst vielfältig, das Ostufer des Sees ist steil und sehr unzugänglich und daher wenig besiedelt. Es wird vom mächtigen und markanten Traunsteinmassiv und anderen schwer zugänglichen Bergstücken beherrscht. Das Westufer ist von ausgedehnten Wiesenlandschaften und Mittelgebirgsszenarien geprägt. Die stark bis mäßig bewaldeten Erhebungen des Westufers gehören zur Fleischzone und erreichen Höhen von 700 und 1100 Metern. Im Südwesten erhebt sich das Höllengebirge mit dem Feuerkugel und den Langbeerseen, im Südosten das Tote Gebirge mit dem Offensee. Beide sind typische Karststücke der Kalkalpen. Mit einer Länge von 12 Kilometer und Breite von 3 Kilometer umfasst der Traunsee eine Fläche von ca. 24,4 Quadratkilometer. Die Traun fließt im Süden bei Ebensee in den Traunsee und verlässt ihn wieder im Norden bei Gemunden. Der mittlere Abfluss beträgt die Wassererneuerungszeit 1,04 Jahre. Wasserqualität Der Traunsee ist oligotroph und hat deshalb klares Wasser. So kann noch in 60 Meter tiefe photosynthetische Aktivität der Kryptophyserodomonas lacustris nachgewiesen werden. Die unterste Wasserschicht ist jedoch durch industrielle Einleitungen salzhaltig und dichter als die oberen Schichten. Als myromyktischer See durchläuft der See deshalb keine vollständige jährliche Durchmischung seines Wassers. Die Wasserqualität ist durch Nährstoffeinträge aus drei Kläranlagen und in geringerem Maße aus der Landwirtschaft über zufließende Bäche gefährdet. Der Traunsee als Lebensraum Zu den vorkommenden Fischen zählen Barsch, Eritze, Hechte, europäischer Aal, Seeseibling und Korrigonen. Eine Unterart der Korrigonen, der Riedling, kommt nur im Traunsee vor. Es leben aber auch viele Wasservögel am Traunsee. Die bekanntesten sind wohl die Schwäne, sie sind eines der Wahrzeichen gemundens. Geschichte Von den Römern wurde er Lackus Felix genannt. Der Traunsee wurde erstmals 909 in einem Dokument als Trunzio erwähnt. Am 8. Mai 1945, dem letzten Tag des Krieges, stürzte eine P-47 Thunderbolt in den Traunsee. Es war das wohl letzte Flugzeug, das die US-Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs in Europa verlor. Die Maschine galt über 60 Jahre lang als verschollen, wurde erst 2005 wiedergefunden und 2006 aus einer Tiefe von etwa 70 Meter geborgen. Spiegel TV sendete darüber erstmals am 27. Januar 2006 eine Dokumentation mit dem Titel Das Geheimnis der P-47 im Traunsee. Die Maschine mit dem Namen Dorthymer wird gerade in den Vereinigten Staaten einer umfassenden Restaurierung unterzogen. Wirtschaft und Fremdenverkehr Die Traunsee-Region ist vor allem vom Sommertourismus geprägt. Der Traunsee ist ein alpiner Badesee von ausgezeichneter Wasserqualität. Die durchschnittliche Wassertemperatur im August liegt bei 19 Grad. Es können viele Wassersportarten ausgeübt werden, segeln, surfen, kitesurfen, tauchen und Wasserski. Bemerkenswert ist auch der jährlich durchgeführte Traunsee-Marathon. Hierbei gilt es den Traunsee vollständig zu umrunden und dabei 4300 Höhenmeter und 70 Kilometer zurückzulegen. Im Sommer verkehren Schiffe am Traunsee im Linienbetrieb. Stolz der Flotte ist der Raddampfer Gisela. Erster Schaufelraddampfer war die Sophie, die am 15. Mai 1839 in Dienst gestellt wurde. Die Feuerkogel-Seilbahn erschließt das Höllengebirge. In Gemunden bestand am Bahnhof Gemundenseebahnhof eine direkte Umstiegsmöglichkeit von der Traunseebahn auf ein Linienschiff der Traunseeschifffahrt. Kultur und Sehenswürdigkeiten Auf einer kleinen Insel in Gemunden liegt das Schlossort. Zwischen 1996 und 2004 war die Traunsee-Region Schauplatz der Fernsehserie Schlosshotelort.